Heute, ähm, ja, das ist mein neues Video. Ich packe sie aber heute nicht aus. Ich zeige sie euch nur, also nicht so, sondern nur das Karton. Ja, hier steht Pursche, also hier sind verschiedene Sprachen, das steht, drück hier, also auf den Kiel. Und dann sieht man, dass die Fächinen, also das sind ganz normale Augen, nur dass sie so ein bisschen Katzenaugen hat. Dann so welche Herzenaugen und auch so welche Feueraugen. Also das ist dann, ähm, ja, also, es ist, ähm, wahnsinnig streitlustig und das mit dem Herz ist wahnsinnig verliebt. Dann ist hier noch so eine Maske. Dann, hier sind dann so, ähm, ein paar Figürchen, also wo man dann in ihr reinmachen kann. Und dann ist das so ein ganz normaler schwarzer Totenkopf. Dann noch so ein böser, roter, schwarzer Totenkopf. Dann noch so ein pinker Totenkopf. Mit so welcher Härte in den Augen. Dann noch so ein böser Smiley. Blume drauf. Dann ist so, was ist das? Ich weiß es nicht, ein bisschen so wie ein Ohrring sieht es aus. Dann das gelbe oder so gelb-orange ist dann so eine Schlange. Dann sind hier drei Herzen miteinander mit bösen, bösen Lächeln. Und dann noch so ein Herz, wodurch ein Fall ist. Dann ist da so eine, so Spinnenbeine. Pink. Dann hat sie so eine Brille und wie gesagt schon so eine Maske. Das sind ihre unechte Haare. Das kann man hier oben auch sehen. Dann sind ihre echte Haare. Dann hat sie noch so welche Feuerflügel. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das Böse und Liebes-Smiley ist. Ähm, naja, hier steht, ist das Monster-Huch. Das Monster-Hi-Logo. Und hier steht Monster-Hi. Hier steht Monster-Hi wieder. Ja, dann sind hier schaurig streitlustig. Also, ja, streitlustig. Und hier wahnsinnig verliebt. Dann ist hier ganz normal. Nur mit diesem streitlustig Anzug. Dann kann man sehen, dass man da so ein paar Sachen steckt. Und da auch hier so kann man sehen. Dann sieht man hier mit den drei verschiedenen Augen. Einmal ganz normal. Also so Herzenaugen, böse Feueraugen und ganz normal. Und hier hinten ist das Hintergrund ihrer Rippen. Und, ja, im Blau. Und da hinten ist genauso nur im Schwarz. Dann ist hier so ein Computer. Da steht Monster-Hi. Aber eigentlich steht da eigentlich Monster-Hi.com. Aber da steht was anderes. Das heißt, es ist 8, 2, 1, für weitere Spiele. Mordsmäßigen Spielspaß und mehr Pär und Monde. Okay, dann kommt eine andere Sprache. Wo ich nicht festlegen kann. Und auch nicht reden kann. Ja, in meiner... Sorry, Leute. In meiner nächsten Folge werde ich sie auspacken. Ja. Tschüss.